hallo leute und willkommen zu einer neuen aufnahme ausgabe vom city skyline let's game jetzt haben wir einfach so aus den fetzen geworfen oh mein gott wie viele busse einfach hier nur stehen oh mein gott ich kann nur sagen oh mein gott weil es ist einfach nur so ein oh mein gott das kommen nein da steckt man ein aber ich habe die busse hier ankommen dann sind sie schon voll an der das wieder achtte leute der das leute raus und wieder auf oder was machst du drei bis hashtag drei district vier bis das machst du das leute ja die auto stehen da einfach so stau können nicht auf die andere seite fahren oh mein gott also ich will es ein bisschen komisch an jenen stellen da gibt es noch verbesserungsbedarf aber das ist denke ich mal bei jedem spiel bei jeder sache ist nicht perfekt ist aber so im großen ganzen ist das spiel ganz okay obwohl ich mich bei dem speichern so ein bisschen enttäuscht mich fühle so zu sagen ja ja hier ist noch nicht so beliebt das gut aber das kann ich ja alles bald noch ändern da werde ich noch alles bebauen und so tralala hier sind oh da ist dann die bullen komm lass dich anklicken arbeitsschicht arbeits arbeit ist gut was sagt dazu krieg ich muss hier meine stadt checken 3 von 14 13 passagiere hier sieht es nicht so mega bombastisch aus leider aber es soll so viel 57 okay und da oben bestimmt nicht mehr 20 oh je gar nichts damit probleme ich bin ich nicht genug und ruhstoffen ganz nicht durchdruck schade ist die sich nicht so regnet ist bis nicht nicht genug genug stoff ja 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 die menschen schoffen die ganze zeit ich glaube die noch nicht um ändern das ist ja alles hier um die ganze industrie und so ein bisschen kranke bürger kranke bürger ja wo sind die autos hightech hochgebildet wie viele alter mehr als 75 prozent mehr als 75 prozent hier okay hier sind nicht so viele leute hier aber so viele leute hier nicht so sehr ein bisschen die senioren und doch überall überall mega hochgebildete leute mehr ab war so 90 prozent würde ich sagen fast alle sind hochgebildet ist natürlich richtig geil wenn alles so hochgebildet sind okay hier kann nur ein bisschen ausgebaut werden wir müssen gewerbe gewerbegebiet was wollen hier für diese weiteren gebäude ich habe mir gebaute viel passagiere hatten das jetzt schon 165 steigt nicht wirklich sehr stark an dreh 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 mit dem weltraum lift können sie viele touristen anlocken toll ok weiter weiß ich nicht was wir so ausbauen können ist nichts das sieht auch schon mal gut aus wisse irgendwie probleme ok hiermit hier sieht es ja von der autobahn fahren viele leute hier so unter ein einziges auto ein einziges auto bleibt bleibt da wo war es ist verschwunden nein das ist ein truck drin das auto ist auch super schnell boah halt mal an hier nochmal man kann nicht mit p pause machen das ist doof nicht richtig so ist plastik nee geht nach plastik perfektion besitzer cedric ohms gebildeter erwachsener wohnt in die kirchresidenz alles heißt residenz hier arbeit dabei plastik perfektion ja fahrt fährt zu arbeit fahrt zu arbeit fahrt zu arbeit okay also die autobahn war schon mal ein guter bau das entliegt diese straße hier gar nichts ja um genau zu sein gar nichts das war mir schon von anfang an klar so ich könnte hier noch ein bisschen industrie wie viele das worsen sind da ach da gibt es ja gar kein öl mehr das ist ja richtig doof dass es leer geht da muss ich hier so ein bisschen öl machen industrie meinte ich so zack zack bau dann noch ein bisschen weiter aus sogar kann noch ein bisschen industrie die haben zwar jetzt noch gar kein bedarf es kommt noch alles das kommt alles ja sage ich euch ich sag es euch das kommt alles die kommen noch angekrochen die jaja die arbeiter hier die wollen alle jobs haben ja super schlau super geil ist klar ist klar die werbung kennt die doch jaja wer kennt die nicht die machen wir so wie möglich hier so bauen anbauen gedeiht meine pflänzchen jaja so wir können auch nur bei industrien weil bald sie zieht die industrie aus weil die haben wir keine rohstoffe da teils und danach ziehen sie dann nach hier unten ja statt dass die rohstoffe aufzahlen gehen das ist immer so gut in real life ist ja übrigens so ja aber ja nichts zu nützlich wir leben auch nicht und wenn sich dann zack zack geben da ist noch ein seegebiet aber da will noch niemand hin bald dort ist noch nichts da wir lassen das gebäude sehr toll okay da ist was verbrannt zack weg damit was gibt es denn hier noch so schönes gar nichts was ist denn da ah die haben keine käufer für ihre waren für ihre teuren plastikwaren hier alles mehr in china vielleicht oh die stadt braucht ja immer noch einen namen vielleicht noch nicht die stadt einfach so irgendwie so china town das wäre auch ganz cool jaja jaja naja aber so china mäßig sieht es ja nicht so aus weiß ich nicht vielleicht ja so ich denke so gerade an New York City aber New York ist ja schon vergeben vielleicht so New New York City ja New New York City richtig neues New York jaja jaja aber ne das ist auch ganz billig ich hab noch keinen Namen wäre schön wenn ihr mir was empfehlen könntet weil ich bin schlecht im Namen mir ausdenken ich bin nicht so der namensgebende Typ jaja boah hier sind so viele Züge die kommen da gar nicht durch ich lösche mir hier ein paar verbrannte Gebäude boah heute da kommen die Waren nicht an ich denke ich brauche einfach mal von oh mein Gott ich muss unbedingt hier eine Autobahn von oben nach oben hier unten bauen ja, ja da ist Kriminalität also nur noch verbrannt da ist nochまだ verbrannt 갑자기 puis das war es wenn ich auch bei uns mega viel verbrannt das bin 70 aber trotzdem bischen ist ja immer nur du konnten sie das probleme nicht beheben das richtige grüß wenn man diese freude abreißen muss aber man keinen motto und installieren also gibt es eine möglichkeit habe ich von bock weil ich muss ja wieder mal neumat besorgen so sieht so gut aus so ich denke ich werde das mal die maturin wie sind sie schien die dort unten müssen alle ausgelastet sein hundertprozentig nein sind sie gar nicht schneller nicht nur prozent so ich muss von dort um eine autobahn bauen weil die shops hier haben hier ein paar probleme nicht genügend verkaufswagen das heißt es muss da unten gebaut werden und dort oben das heißt da muss eine ausfahrt dann baue ich mal hier alles ab so ja ein bäude ist abgebrannt gerade wo ich die anlage entfernt habe so wenn man sich das hier so drehen vielleicht brauche ich mal meine eigene ausfahrt dann muss ich nicht so viel abreißen solches machen eventuell mache ich auch meine eigene ausfahrt ich teste das einfach mal aus ich denke ja dann gibt es auch nicht so viel probleme muss ich nur so ein kreisverkehr klatschen was trotzdem recht schwierig sein sollte ich mache das mal auf eine pause reiße die straße die straße die auf jeden fall die auch kommt einfach alles weg jetzt muss die map hier ein bisschen rotaten okay also wie baue ich denn das jetzt so genau hin ich muss das ungefähr so bauen aber dann muss die autobahn dort leiden ich denke ich denke ich denke die autobahn muss leiden es muss so ein junger denn es muss sein geht nicht hin ja okay was stört ich sehe es gar nicht was stört denn da jetzt gerade ja das ist doch super aber die nein nicht das kommt nicht hin nein kommt auch nicht hin weil dann connectet sich die da mitte da unten schlecht ich denke mal wissen so ist ein bisschen höher ein bisschen höher das ist immer so eine fribel aber das was ich weiß was du so so kommt es so ein super b ich brauche eine idee wie ich das mit der autobahn machen wir selbst schon darauf auch schon gekommen wie ich das genau machen werde jetzt muss dass ich nicht bauen komisch wieso bei der scheiße ist ja könnte sein merke der spiel ist nicht jetzt hier kommt es nicht ganz hin muss ich dann halt ein bisschen hier umbauen ja komm ausnahmen sowas kommt doch ganz gut hin okay also ein kreisverkehr muss immer eine autobahn sein sonst ja kommen da für die staus und totaler lagen 7 und dann kommen von oben eine autobahn die 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 rotation wie mache ich das 7 die die und jetzt geht es gut naja schade, kommt nicht ganz hin muss ich ein bisschen abreißen wieder nein Autobahn, nein arme Autobahn arme, arme arme kommt doch ganz gut hin so, dann muss auf der anderen Seite das gleiche gebaut werden, also keine große Kunst hier jetzt die Autobahn darüber zu verlegen ja, vielleicht sollte ich mal anfangen kleinere Kreisverkehre zu bauen meine eigene oder irgendwas hinterher zu finden das kleiner ist als dieses dicke Ding da das dicke Ding ist schon heavy ne, gefällt es, das heil obwohl das ein bisschen die Stadt grüner macht das ganze Ding da naja, sieht mehr oder weniger gut aus ja, ok hm keine Ahnung ok, 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 jetzt muss ich aber eine Abfahrt machen, ich kann aber das Spiel jetzt anmachen ok, jetzt, oh nein, eine Pause Pause, Pause, Pause ich habe noch ein paar Gebiete ausgewiesen ich habe ja eine neue Straße gebaut ich muss jetzt neue Gebiete ausweisen da oben fehlen noch Parks ja, 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 das kommt irgendwann mal irgendwann mal, irgendwann mal so, ok, überall Gebiete ausgewiesen alles ist wieder ganz ok na, da noch ein kleines Gebietchen was ist das denn da so, jetzt wieder Play hm, dann muss ich hier irgendwie so eine Abfahrt bauen hm, hm, hm hm, hm, hm von hier aber auch hm, von hier wird es das Problem sein hier irgendwie so eine Abfahrt zu machen von der anderen Seite da hm, hm ja, 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 ja so, also erstmal von dieser Seite hier ja, komm, ich verlänge mal die Straße nach unten wenn ich die Straße nach unten ja, na, da geht ja auch die Stadt noch weiter ja, ja, da ist auch ja, die Straße sollte ich hier aber auch verlängern ja, ja man sollte auch nach unten inzwischen ja, nach unten die Stadt runterfahren können ja, hier ist das Industriegebiet könnte ich auch noch irgendwie connecten mit da oben mit da oben ja, ja ok, also hier muss ich ein Auto warten hm scheiße scheiße riesige scheiße wieso habe ich da eigentlich so einen Kreisverkehr gebaut ich muss hier einen Kreisverkehr bauen äh, boh, bin ich doof boh, bin ich doof oh mein Gott, bin ich doof oh mein Gott oh mein Gott ei, 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 ei ja, komm, passiert zwei Kreisverkehr hier an einem Stück hier so einen Kreisverkehr bäm schadet doch nicht komm, kann ich hier so, und dann mache ich da auch noch einen Kreisverkehr zack ok da kommt ein Auto abwärrt blablabla 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 äh, so Wort Wort ist bereits belegt womit denn sag's mir hier hier hier, hier geht's ok da sieht ja hässlich aus irgendwie kommt mir so vor hm, das muss irgendwie voll geil aussehen das muss irgendwie voll geil aussehen das müsste so so eine Runde so, das müsste nach oben gehen so eine Runde muss es drehen das müsste so nach oben halalala lala dann müsste noch weiter nach oben äh ah, richtig oh, ich hab eine Suche oh oh, oh, oh das ist so eine Bossidee mhm ja ja, ja so eine Boss-like Idee oder? hat ja auch Sinn naja, kommt mir nicht zuvor kommt mir irgendwie nicht zuvor oder doch hier hätte es hätte irgendwie doch Sinn ja, ja hier ist eine Autobahn dann könnte ich hier noch ah, ja, ja, ja die hätte Teils Sinn aber nur Teils ja, ja ok dann mach ich das hier so nein nein das ist überhaupt nicht so rund sieht's auch gut aus sollte gut aussehen so äh joa so und danach mach ich hier noch so eine Autobahn ja, ja, ja ihr wisst schon ihr wisst schon so zack iiii ja, da muss ich dann natürlich die Richtung verändern zack, ok das sieht doch schon mal ganz gut aus oder mehr oder weniger naja, das sieht ja richtig gut aus irgendwie naja, das geht weg dann baue ich das mal von dort aus naja, das geht doch mal ganz gut aus naja, das geht doch mal ganz gut aus das ist richtig komisch und so sieht es hässlich aus dann ist das so connected so irgendwie sowas aber da aber hier unten muss ich das jetzt verändern weil es sieht jetzt hier richtig hässlich aus so dann geht's hier nach unten geht nach unten ja naja, das geht doch mal ganz gut aus naja, ich bin die falsche Richtung toll ähm, umdrehen, umdrehen so, ok naja, kein Neussland ach, so, so geht das so geht das hier das hier so baue dann muss ich das von dort aus so eine Runde zack so ok aber das ist dann nur für ein Auto immer ah, das ist doof das ist doof komm, mach ich einfach so nein, nein so ähm, dann mach ich einfach so nein 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 äh das ist gar nicht hallo äh 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 hallo Straße geh mir nicht auf den Sack hey, grad liegen es doch super ja, so hässlich will ich die drum auch nicht so nein ach, ich denke, ich weiß, wo das Problem ist, oder? mach ich mal noch weiter nein ich muss das mal gerade bauen yo, das will gar nicht yo, yo nee nee Straße nee jetzt geh mir nicht auf den Sack so nein, das will gar nicht connecten nein 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 könnt ihr's glauben nein nein nah ja, was sollt so, muss man das halt so regeln gerade straße geht auch nicht aber von der richtung ja nein nein ja nein ja okay jetzt sieht so gut aus natürlich die richtung umändern der straße überall so okay da sieht doch schon mal geil aus also hier auf jeden fall noch so eine autobahn das muss von der anderen seite das gleiche sein aber das muss jetzt hier angebunden werden ja 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 das heißt das heißt das heißt es muss von hier schon mal starten denke ich so genau hier so ein gewisses achte geht sie runter kann man hier sofort noch mal gibt es noch mal durch das normalbuch von gewissen da ist der zwei hoch ich denke schulen ich denke schulen ja ich denke es ist zwei hoch das normale ja zwei hoch das heißt hier geht es auch zwei hoch oder solches machen ja ich denke ich mache das oder nie ich mache es ja nur eins hierüber ich verstehe ich verstehe das lief ach ich verstehe das lief naja ich habe diese straße entfernt das nicht gerade da fahren die ersten aus da kommen die waren an oh bitte dafür da sind die waren wo bitte das hat ich gelohnt spiel sagt mir es hat ich gelohnt naja das ist ein bisschen bullig aus ok jetzt wird ein bisschen belebt auf die straße hat wirklich gelohnt tierisch und hier so so es geht jetzt mal hier so aha so so so